Ich bin die Borda Tamara aus der Steiermark, Bezirk Weiz-Bersail. Ich bin in Mysteria 2014, bin 19 Jahre jung, habe Maschinenbaurechnik gelernt und arbeite jetzt als Maschinenbaurechnikerin in der Siemens in Weiz. Meine Hoppys sind Schwimmen, Reiten, Snowboarden, Reisen, Kochen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich aus Austria werden würde. Ich möchte Miss Austria werden, weil es eine wahnsinnige Ehre für mich wäre, Österreich vertreten zu dürfen. Es wäre, oder es würde sicher ein spannendes Jahr werden, neue Leute kennenlernen, vieles Neues erleben und darf auch eine tolle Zeit sein. Wie müsste dein Traummann sein? Also er müsste nicht irgendwie bestimmt aussehen oder so, aber er sollte einen guten Charakter haben, fröhlich sein, höflich sein, ich muss Spaß mit ihm haben können und er sollte größer sein als ich. Wie groß bist du? 1,78.